Weiborg ist eine Stadt in der Oblast Leningrad in Russland. Sie liegt in der historischen Region Karelien zwischen St. Petersburg und der finnischen Grenze und hat 79.962 Einwohner. Die im Mittelalter von den Schweden gegründete Stadt wechselte im Laufe ihrer Geschichte mehrmals den Besitzer. Von 1710 bis 1812 war Weiborg Teil des Russischen Reichs. Ab 1812 gehörte es zum innerhalb des Kaiserreichs autonom Großfürstentum Finnland und ab 1917 zum dann unabhängigen Finnland. Dort war Weiborg die zweitgrößte Stadt des Landes. Nach dem Winterkrieg 1939 bis 1940 kam sie zur Sowjetunion und die einheimische finnische Bevölkerung wurde ins verbleibende Finnland evakuiert. Die Bevölkerung der Stadt bestand ehemals aus zahlreichen Nationalitäten, insbesondere aus Finnen, Russen, Schweden und Deutschen, sie besteht heute zu über 90% aus Russen. Geografie In Weiborg mündet der 1845 bis 1856 errichtete Saima-Kanal in die Ostsee, der die finnische Seenplatte bei Lepin-Rente mit der Ostsee verbindet. Weiborg liegt an der Eisenbahnlinie Helsinki-Sankt Petersburg. Geschichte Weiborg war im Mittelalter eine bedeutende Handelsstadt. In den Nordischen Kriegen zwischen Schweden und deutschen Ordensrittern auf der einen Seite und Alexander Nevsky von Novgorod auf der anderen war. Weiborg ein schwedischer Stützpunkt gegen die Novgoroder-RUS. Nach mehrmaligen vergeblichen Belagerungen durch russische Truppen kapitulierte die Stadt am 12. Juni 1710 in der zweiten Belagerung von Weiborg in diesem Krieg vor dem russischen Admiralgraf Abraxen und gehörte danach zum russischen Kaiserreich. Ab 1812 zum Großfürstentum Finnland. 1790 floh die schwedische Flotte aus der Weiborg-Bucht im sogenannten Spießrutenlauf von Weiborg. Zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte Weiborg sechs Kirchen, ein altes gotisches Schloss, ein Gymnasium und eine Navigationsschule. Der Hafen der Stadt war wirtschaftlich bedeutsam durch den Holzhandel, eine Eisengießerei und den örtlichen Maschinenbau. Im Jahr 1886 hatte die Stadt 16.639 Einwohner und war Sitz des Gouverneurs von Weiborg, des Hofgerichts für die drei Gouverne Mats Kuampio, St. Michel und Weiborg, eines lutherischen Konsistoriums und eines deutschen Konsults. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Weiborg zum unabhängig gewordenen Finnland, die Stadt war damals mit ca. 80.000 Einwohnern die zweitgrößte des neuen Staates. Nach dem Winterkrieg 1939, 40. und dem Fortsetzungskrieg 1944, okkupierte die Sowjetunion den größten Teil Kareliens mitsamt Weiborg. Die seit den Zeiten der Hanse in Weiborg ansässige deutsche Minderheit musste 1940 mit den finnischen und schwedischen Einwohnern die Stadt verlassen oder wurde nach 1944 vertrieben. Heute gehört die Stadt zu Russland. Bevölkerungsentwicklung Anmerkung Infrastruktur In Weiborg sitzt die Abteilung der Nordöstlichen Akademie für Staatsdienst und eine Filiale der Staatlichen Ingenieureökonomischen Akademie Sankt Petersburg. In der Nähe von Weiborg befindet sich seit 1982 eine HGU-Kurzkupplung zum Austausch von elektrischer Energie zwischen dem skandinavischen und dem russischen Stromnetz. Sie besteht aus drei bipolaren HGU-Kurzkupplungen mit einer Betriebsspannung von 85 kV, die je für eine Übertragungsleistung von 355 MW ausgelegt sind. Die Gesamtübertragungsleistung erreicht also bis zu 1065 MW. In Weiborg beginnt die Ostsee-Pipeline der Firma Nord Stream. Die Stadt hatte von 1912 bis 1957 eine elektrische Straßenbahn, eine von nur drei Straßenbahnen in Finnland. Der Zug von St. Petersburg nach Helsinki hält mehrfach täglich in Weiborg. Sehenswürdigkeiten Die heute öffentlich zugängliche Burg Weiborg wurde 1293 auf einer kleinen Insel als Bollwerk von den Schweden errichtet. Heute ist in den Innenräumen ein Museum über die Geschichte der Region untergebracht. Vom Burgturm bietet sich ein guter Blick über die Stadt. Verteidigungsanlagen der Stadt, insbesondere der Rundturm, fette Katharina am heutigen Marktplatz, in dem heute ein Restaurant untergebracht ist. Urturm errichtet 1490. Im Jahre 1793 stiftete Katharina II. eine Glocke für den Turm. Stadtbibliothek errichtet 1927 bis 1935 von Alvar Aalto. Bürgerhäuser aus der finnischen Periode im nationalromantischen Stil. Park- und Herrenhausmonrepos. Söhne und Töchter der Stadt. Johann II. Von Hoja, Fürstbischof von Osnabrück, Münster und Paderborn. Ludwig Heinrich von Nikolai, Lyrika. Hermann Johann von Benkendorf, Major der kaiserlich-russischen Armee. David Alopeus, russischer Diplomat. Wladimir Adlerberg, russischer General und Minister. Karl Ferdinand, jenisch Schachmeister. Julius Krohn, finnischer Dichter. Johann Jakob Ahrenberg, Finnland, schwedischer Schriftsteller und Architekt. Braubrenner, finnischer Segler. Karl-Eduard Deppel, finnischer Architekt. Werner Söderhelm, finnischer Sprachwissenschaftler. Ero Jernefeld, finnischer Maler. Viktor Heckmann, finnischer Geologe. Richard Wilhelm Gottlieb-Faltin, finnischer Chirurg. Oskar Heckmann, finnland-schwedischer Folklorist. Amas Jernefeld, finnischer Komponist. Waldemar Björgsten, finnischer Segler. Ernst Mick, finnischer Pianist und Komponist. Walter Wal, finnischer Geochemiker und Mineraloge. Willehard Forsmann, schwedischer Ingenieur und Flugzeugkonstrukteur. Alfred Asikainen, finnischer Ringer. Ellen Frank, finnischer Segler. Soloyi Eskeleinen, finnischer Skispringer und nordischer Kombinierer. Pekka Mürberg, Mathematiker. Alexander Rito Iwola, finnischer Ringer. Edwin Linkommis, finnischer Literaturwissenschaftler und Politiker. Ilmarie Manninen, finnischer Ethnograf. Arne Pekka Leinen, finnischer Segler. Ernst Ossian Soravo, finnischer Diplomat. Avo Nefénen, finnischer Bendi und Fußballspieler. Eili Kontinen, finnische Autorin. Henri Pallaner, finnland-schwedischer Dichter und Schriftsteller. Peter Kastet, deutscher Jurist und Bibliotheker. Ture Georg Sahamer, finnischer Geologe und Mineraloge. K.A.J. Frank, finnischer Designer. Alexander Riesa-Wahler, finnischer Kunstturner. Ralf Pallaner, finnland-schwedischer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer. W.I. Kohuthanen, finnischer Kunstturner. Lauri Törny, finnischer Offizier. Max Jakobsen, finnischer Diplomat. Olafi Rocker, finnischer Moderner Fünfkämpfer. Y.J. Asikainen, finnischer Fußballspieler. Fayumeri, finnischer Schriftsteller. Jorma Valkama, finnischer Leichtathlet. Paul Nöman, finnischer Radrennfahrer. Olafi Manonen, finnischer Moderner Fünfkämpfer. Vyacheslav Yekimo, russischer Radrennfahrer. Yevgeny Bersen, russischer Radrennfahrer. Alexander Zero, russischer Radrennfahrer. Vitali Petro, russischer Automobilrennfahrer. Sonstiges. Weyborg spielt eine wesentliche Rolle in Friedrich Wilhelm Murnaus Film Norsferatu. Mit dem dort genannten Visborg ist offenbar Weyborg am äußersten Ende der Ostsee und des finnischen Meerbusens gemeint. Murnau weicht hier bewusst von der englischen Vorlage des Bramstoker Dracula ab. Siehe auch. Liste der Städte in der Oblast Leningrad.